Ich bin Erik und ich studiere Industriedesign im 5. Semester. Das letzte Projekt, das ich daran gearbeitet habe, heisst WoodID. Das ist ein Scanner, mit dem man die Schnittkanten von Baumstämmen scannen kann. Das ermöglicht die Rückverfolgbarkeit von Baumstämmen und die Digitalisierung der Forstwirtschaft. Zuerst im Prozess haben wir Skizzen gemacht. Im Prozess verwenden wir verschiedene Hilfsmittel wie z.B. 3D-Drucker. Dann können wir relativ schnell viele Prototypen herstellen, um herauszufinden, wie sie sich ergonomisch verhalten. Ich habe eine Lehre gemacht als Konstrukteur. Ich komme sehr von einem technischen Hintergrund. Das hat mir geholfen, das Studium nochmals meine Sichtweise zu öffnen und neue Herangehensweise an Projekte herauszufinden. Bei mir im Design ist wichtig, dass das, was ich mache, relevant und nachhaltig ist. Mit meinem Design möchte ich Leute bewegen. Ich möchte die Emotionen an den Gefahren wecken. und ich möchte immer die Emotionen wecken. Ich möchte meinen Kopf aus dem Gedanken tun, Untertitelung des ZDF, 2020